Du fühlst dich körperlich auch einfach leistungsfähiger, wenn du regelmäßig Sport machst. Und das gibt dir unbewusst schon ganz anderes Selbstbewusstsein. Du weißt, dass du in der Lage bist, körperliche Herausforderungen gut zu meistern. Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, wo an Halt die Lehn? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich möchte und ich werde meinen Fehler integrieren. Dann gibt es dich. Deutschland ist Basketball-Belksmeister. Ich kriege mir das mal drei Tage in die Heißfunde und dann analysieren wir das Spiel und dann gehen wir weiter. Doppelstunde Sport, Kabinengeflüster und Hidden Champions mit Diggi und dem Langen. Ja, herzlich willkommen und Glück auf zu Doppelstunde Sport. Wir haben heute einen Gast. Uns gegenüber sitzt Nina Reichwein. Wer sie ist, was sie beruflich macht und wie unsere generelle Agenda für heute ausschaut, verriet uns wie immer der Lange. Ja, hi Nina. Herzlich Glück auf und willkommen alle Hörerinnen und Hörer. Nina und ich kennen uns tatsächlich schon seit längerer Zeit, sind uns einmal begegnet und ihr werdet gleich erfahren, warum und in welchem Kontext und was das letztlich auch mit unserem Podcast hier zu tun hat. Und wichtigste Frage, Nina, zuallererst. Wie geht es dir? Super. Ich hatte schon zwei Kaffee, alles Tutti. Ja, wir empfangen dich hier bei dir zu Hause. Vielen, vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften. Du bist gelernte Sportwissenschaftlerin und aktuell Gesundheitsmanagerin im Institut, unter anderem im Institut für Stressmedizin in Hattingen. Da haben wir uns auch kennengelernt. Kannst du uns einmal reinholen, was so grob deine Aufgaben da sind? Ja, gerne. Also als Sportwissenschaftlerin hast du erstmal mit ganz viel Bewegung zu tun. Das ist auch immer noch so meine originäre Aufgabe. Ich kümmere mich also um Menschen, die einen Wiedereinstieg in Sport suchen, Hobbysportler, aber auch ambitionierte Freizeitsportler, ab und zu auch Leistungssportler, aber eher so den Hobbysportler, der im Alltag ein bisschen was für sich tun möchte. Darüber hinaus kümmere ich mich darum, dass unsere Klienten, die ja meistens von Firmen kommen, grundsätzlich so ein bisschen ein Verständnis für eine gesunde Lebensform entwickeln. Also es geht über Sport hinaus. Da gehört auch Ernährung dazu. Da gehört ein gewisses Mindset. Also du verstehst, was alles so zum Thema Gesundheit dazugehört mit dazu. Und ja, im Grunde sind wir so ein bisschen die Gesundheitslehrer im Institut und versuchen, unseren Klienten Verständnis zu entwickeln, denen natürlich auch praktische Tipps zu geben. Das ist so eine meiner Hauptaufgaben. Und darüber hinaus betreue ich aber auch ganz viele Firmen, also mittelständische große Unternehmen, die sich in ihrem Unternehmen mit Gesundheitskulturentwicklung und auch mit, das hat der eine oder andere bestimmt schon mal gehört, betrieblichem Gesundheitsmanagement beschäftigen. Also was für Maßnahmen werden angeboten, um den Mitarbeitenden bei der Arbeit gesundes Arbeiten zu ermöglichen oder auch so ein bisschen Work-Life-Balance pushen, einfach Arbeitsfähigkeit zu heben. Das sind so unsere Themen oder auch meine Schwerpunktthemen, die ich betrete. Man sieht dich ja auch auf dem YouTube-Kanal von der Knappschaft. Da gibst du ja quasi dann in den Videos Tipps und Beräts quasi über die Themen, die du gerade dann halt so genannt hast. Im Institut in Hattingen habt ihr ja so einen ganzheitlichen Ansatz. Da bin ich ja auch mit meiner Firma hingekommen oder als Teil einer Gruppe dort hingekommen. Da bist du ja nicht allein, sondern ihr seid, ich glaube, ein fünfköpfiges Team, was ich dann zusammensetze aus Psychologen, Allgemeinmediziner etc. Und wir haben ja damals das Gespräch gemeinsam dann auch geführt, du als Sportwissenschaftlerin dann. Ihr verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Kannst du uns also abholen, was da den Unterschied macht im Gegensatz zu anderen üblichen? Ich glaube, erstmal zeichnet sich unser Institut sowieso so ein bisschen durch ein paar Besonderheiten gegenüber anderen Anbietern im Gesundheitssektor aus. Wir sind ein Team, was größer ist als die fünf Köpfe, die du da kennengelernt hast. Aber hauptsächlich setzt sich das Team aus Ärzten, aus Psychologen, aus auch freiberuflichen Psychiatern und Sportwissenschaftlern zusammen. Wir haben psychologische Psychotherapeuten mit an Bord. Wir haben im erweiterten Netzwerk auch Leute, die zum Thema Ernährung fachlich gut aufgestellt sind und beraten können. Und das macht halt den ganzheitlichen Ansatz aus. Also wir kümmern uns im Grunde so um die groben Säulen von Gesundheit und versuchen, die zusammenzubringen. Und das ist ein großer Unterschied, wenn du mal nach draußen so in die schulmedizinische Landschaft guckst. Da hast du meistens nur einen Facharzt. Der hat so seine Perspektive, die auch sehr isoliert ist. Also der Orthopäde guckt zum Beispiel drauf, wenn du hingehst und sagst, ich habe seit drei Monaten Schulterschmerzen, was könnte das sein? Dann, wenn du zum Neurologen gehen würdest, der würde halt aus einer anderen Perspektive drauf gucken. Aber so guckt jeder für sich in seinem echt etwas beschränkteren, aber sehr Fachexpertise ausgerichteten Horizont drauf. Und wir versuchen, den Blick zu öffnen, ganz bewusst zu öffnen und auch einen kollegialen Austausch hinzubekommen, um uns, wenn du als Klient beispielsweise bei uns bist, so ein ganzheitliches Bild von dir zu machen. Vielleicht übersehe ich ja als Sportwissenschaftlerin was, was der Psychologe aber sieht. Und am Ende ist der Rat des Psychologen aber die entscheidende Brücke zu meinem Thema mit dir. Und dann können wir dir sehr passgenau was raten, was du dann noch in der Praxis für dich umsetzen kannst. Das heißt, das ist gar nicht nur so ein klassisches Erstgespräch oder so, sondern man muss bei euch wirklich durch mehrere Instanzen, sei es der Psychologe oder was auch immer. Und dann ist es ein Prozess, der sich wahrscheinlich über mehrere Tage, Wochen zieht. Ja, also du kommst zu uns. Soll ich das Format einmal kurz... Ja, kannst du gerne mal erklären. Also es ist erstens eines von vielen Formaten, was wir anbieten. Und das ist somit das Umfänglichste. Du musst schon vier, fünf Stunden Zeit mitbringen, wenn du zu uns kommst. Und das Ziel dieses Zeitraums und der vielen Gespräche mit unterschiedlichen Experten ist es, dass wir unseren Klienten einmal hinsichtlich Gesundheit, wo steht derjenige, diejenige komplett durchleuchten. Und da stellt natürlich von unserer Seite jeder Fachexperte andere Fragen, notiert sich das, also führt so klassisch, wie man im schulmedizinischen Sinne sagt, ein Anamnese-Gespräch und sammelt erstmal Informationen. Und das ist halt dieser Diagnostiktag, wo wir ganz viel Input für uns rausziehen. Das nehmen wir hinterher, setzen uns quasi dann in dem Kollegium an einen Tisch, wenn ihr schon wieder weg seid. Das bekommt der Klient dann gar nicht mit. Dann werfen wir alle Informationen in einen Topf und schütteln einmal und dann gucken wir, okay, wo steht derjenige? Und dann haben wir das große ganze Bild da liegen. Und das ist der erste Schritt, wenn wir diese Informationen gesichtet, besprochen haben. Also bei uns findet das grundsätzlich immer statt, dieser Austausch. Bei uns trifft keiner eine alleinige Entscheidung, wie ein Klient beraten wird, sondern das macht immer das ganze Team. Dann wird hinterher geguckt, okay, was können wir beispielsweise dir, Marcel, jetzt raten? Erstmal geben wir dir Rückmeldung, wo stehst du, wie ist es um deine Gesundheit bestellt? Dazu gehört zum Beispiel eine Sonografie. Also wir machen Bildgebung, wir gucken auf die Herzaktivität. Wir machen eine Herzratenvariabilitätsmessung, falls dem ein oder anderen was sagt. Also es sind sehr viele körperliche Screenings, aber auch beispielsweise erheben wir Informationen aus einem Stressfragebogen. Wir fragen also, wie belastet seid ihr gerade? Seid ihr ausgeschlafen? Geht es euch gut? Wie hoch ist euer Belastungslevel? Genau. Und je nachdem, wo dann die Hauptbaustelle hinterliegt, Beispiel im Bereich Sport und Bewegung. Jemand kann sich nicht mehr so gut bewegen, muss die Sportart wechseln. Dann komme beispielsweise ich als Sportwissenschaftlerin hin und sage, wäre gut, wenn wir das Reflexionsgespräch zu allen Ergebnissen aus der Diagnostik führen. Und dann kann ich aber ganz spezifisch reingehen und sagen, ich würde dir angesichts deines Gesundheitsstatus quo jetzt das und das raten. Und dann geht sozusagen die Nachhaltigkeitsphase mit einem Coaching los, was wir immer noch anbieten. Aber ganz häufig sind die Leute halt auch einfach ganz gut aufgestellt oder haben so ihr Netzwerk, haben auch die Voraussetzungen, um selber loszugehen. Was für sich zu tun im Privaten, bei der Arbeit, sowas. Ja und auch vielleicht um den Brückenschlag zu bringen, weil viele sich jetzt fragen, warum machen wir einen Sportpodcast und jetzt haben wir nur über die Gesundheit geredet. Du hast ja halt quasi so den Teil und da wollen wir heute auch verstärkt drüber reden, Motivation, Wille und Ausgleich. Also ihr seid ja, das S steht ja für Stress bei euch und da geht es ja auch darum, den abzubauen und nicht aufzubauen. Und durch den Stressabbau bist du dann ja halt auch im privaten Leben, also im beruflichen Leben nicht nur ausgeglichener, sondern hast auch mehr Kreativität, Innovationsgeist etc. Wenn du blockiert bist, dann geht das gerade nicht. Das ist halt neural bedingt. Neurologisch. Neurologisch. Und da wollen wir hin und das vielleicht auch an einem Praxisbeispiel an mir. Wir haben ja damals das Gespräch geführt, sportlich hast du mir damals Unversehrtheit bescheinigt, hast gesagt, du bist gut drauf. Ich hatte glaube ich ein bisschen mehr als 3000 Kilokalorien Grundumsatz pro Tag, da sind viele neidisch drauf, kann ich mich noch gut daran erinnern. Wenn ich so viel esse, gehe ich komplett auseinander. Ja, aber das liegt halt so an meinem Bewegungsprofil. Aber du hast damals zu mir ganz klar gesagt, Marcel, deine Ausgeglichenheit und deine Kraft und so weiter ziehst du daraus, dass du Fußball spielst und das nicht nur, weil du Fußball spielst, sondern weil du dort dich ausbauen kannst, im Team arbeitest und danach noch gesellig bist. Also bei der Flasche Bier und bei der Kiste. Und du hast gesagt, was ist, und das ist nicht so unwahrscheinlich, dass du bald kein Fußball mehr spielen kannst, weil halt irgendwie die Knochen nicht mehr mitmachen und die Gelenke und die Sehnen. Was ja nicht unüblich ist mit Ende 30. Und hast mir dann gesagt, was passiert mit dir eigentlich und wie gleichst du dich aus, wenn das nicht mehr ist. Und hast mir dann ja diese Inception mitgegeben, so aus dem Stehgreif würde ich sagen, Wasserball oder Unterwasser-Rugby. Stimmt, wir haben so ein bisschen gebrainstormt. Genau, wir haben natürlich geschaut, was könnte man denn spontan machen, also was ist Mannschaftsport, wo kann man sich auspowern und wo ist man dann noch gesellig miteinander. Und da hast du mir ja quasi die Idee mitgegeben. Wir, Diggi und ich, haben ja jetzt schon ein paar Mal auch über das Gespräch heute geredet. Ihr verfolgt ja schon einen ganz anderen Ansatz, dass ihr nicht sagt, wenn einer zum Beispiel nicht mehr Fußball spielen kann, dann soll er Radfahren gehen oder Joggen oder ins Fitnessstudio, diese klassischen ersten Sportarten, die einem einfallen. Sondern ihr sagt eher, welcher Sport passt denn eigentlich zu deinem Typus, zu deinem Charakter. Und wenn du uns da einmal nur so reinholst, was das halt ausmacht. Bevor du diese Antwort gibst, möchte ich gerne nochmal ganz kurz erklärt haben, was ist denn bitte Unterwasser-Rugby? Unterwasser-Rugby, das ist quasi Rugby unter Wasser in drei, vier Meter Tiefe, wo du versuchen musst, einen Ball, der mit Salzwasser gefüllt ist und schwerer als der normale Wasser, in so einen Korb reinbringen muss. Das habe ich noch nie gehört. Ja, doch. Gibt es ja nicht so oft, aber es ist richtig cool. Ja, wird sogar auch gespielt hier in der Umgebung. Das ist total krank. Also ich habe mir Videos dann angeguckt. Das ist mega. Ich glaube, wir hätten auf jeden Fall schon mal eine Idee für eine neue Folge auf jeden Fall. Aber nur, wenn du da mit trainierst. Ja, mal gucken. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jetzt habe ich die Frage vergessen. Entschuldige. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz? Genau, also ihr verfolgt ja den Plan eher, dass der Sport zu dem Typus passen muss, zu der Persönlichkeit. Wie genau gehst du da vor? Ja, also normalerweise sucht man sich ja so intuitiv die Sportart aus, die einem Bock macht. Also die kleinen Jungs werden meistens, zumindest im Wurzpott, noch so zum Fußballverein geschickt. Und dann probieren die das aus und entweder gefällt es denen oder nicht. Und Kinder meistens gucken ja noch gar nicht so, hey, was kann ich denn mit dem Sport körperlich für mich erreichen? Sondern die gucken, macht mir das Spaß oder nicht? Ist mein Kumpel da, ja oder nein? Und die meisten Kinder probieren auch viele Sachen erstmal aus, bevor die irgendwo landen. Und ob die dann beim Leichtathletik oder beim Handball oder beim Fußball landen, ist häufig auch dem sozialen Umfeld. Also wo gehen die Freunde hin? Wo fühlen die Kinder sich wohlgeschuldet? Manchmal aber auch auf die Eltern. Genau, manchmal aber auch auf die Eltern, dass die zum Beispiel sagen, weiß nicht, früher war es so ein bisschen so, Tennis ist so der weiße Elite-Sport. Und wenn die Eltern irgendwie dicke Kohle haben, dann haben die Kinder halt Tennis zu spielen. Gibt es keine Diskussion, auch wenn die lieber auf den Ascheplatz wollten. Aber im Grunde suchen sich Kinder das aus, was ihnen richtig Spaß macht. Wenn wir älter werden, dann fangen wir halt mehr an, so rational zu überlegen. Gerade heute, wir haben super wenig Zeit in unserem Alltag und haben nur kleines Zeitfenster. Und das willst du meistens dann möglichst effektiv nutzen, um ja durch Sport einen körperlichen Nutzen rauszuziehen. Also oder eine Trainingsentwicklung zu durchlaufen. Und wenn du beispielsweise zweimal in der Woche eine Stunde freischaufeln kannst, dann überlegst du primär gar nicht mehr so, hey, was macht mir denn richtig Bock? Sondern, hey, ich gehe ins Fitnessstudio. Weil das hat so den Ruf, okay, in kurzer Zeit richtig pumpen zu gehen, das bringt deiner Ästhetik total viel. Oder du entwickelst viel mehr Rumpf- und Rückenstabilität, dann kriegst du keinen Bandscheibenvorfall. Sowas. Das hat aber mit einer sehr emotionalen Entscheidung, wie du die vielleicht früher als Kind getroffen hast und dir deine Sportart ausgesucht hast, wenig zu tun. Und in deinem Fall, Marcel, wenn ich dir gesagt hätte, ja, du kannst in einem Jahr nicht mehr Fußball spielen. Und ich hätte dir gesagt, dann geh doch, na okay, Laufen ist jetzt ein blödes Beispiel, hättest du mit den Knien auch nicht gekonnt. Oder dann hätte ich dir auf jeden Fall zu irgendeiner Sportart geraten, die einfach nicht zu deiner Primärpersönlichkeit passt, mit der du dich eigentlich gar nicht identifizieren kannst. Du hättest dich jedes Mal hingequält und hättest nicht das Gefühl von Leichtigkeit gehabt. Also hättest nicht motiviert deine Tasche gepackt, sondern wärst irgendwie abends nach Hause gekommen und hättest gesagt, boah, jetzt muss ich nochmal eine Stunde ins Fitnessstudio. Also ich mag die Leute da nicht, dann muss ich mir eh Kopfhörer aufsetzen, damit mich keiner anquatscht und so. Und ich mag auch die Bewegungsform überhaupt nicht. Dann wärst du, würde ich schätzen, so nach zwei, drei Monaten nicht mehr hingegangen. Dann wärst du eine von den Millionen von Karteileichen, die es in deutschen Fitnessstudios so gibt. Bin ich ja trotzdem. Ach so, okay, dann lass uns doch. Du hast recht, also mein Praxisbeispiel wäre da der Golf. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir haben in der Corona-Zeit die Platzreife gemacht, hat total viel Spaß gemacht. Aber ist dann trotzdem nichts, was mich total abgeholt hat. Ja, und dann wirst du wahrscheinlich selbst gemerkt haben, dass der Trieb, der innere Antrieb, das zu machen, gar nicht so da ist. Also wahrscheinlich kein Vergleich mit dem Fußball, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich kenne ihn lange jetzt schon so viele Jahre und habe mit ihm so viele Jahre auf dem Platz gestanden. Und dadurch, ich meine, ich kann sagen, was du brauchst, weil ich dich so lange kenne. Du brauchst auf jeden Fall das Auspowern, das Mannschaftliche, sei es jetzt auf dem Platz oder halt im Becken, weil ich dich einfach so kennengelernt habe, weil du auch ultra motiviert bist, auch zu gewinnen. Also das ist für dich ja bei den Spielen auch sehr, sehr wichtig. Wie kann man denn jetzt als Privatperson, wenn man nicht zu euch zum Institut kommt, mit welchen Fragen kann man denn selbst mal für sich ausloten, welcher Sport passen würde oder was einem besonders wichtig ist, wie der Sport sein sollte? Also es ist eigentlich gar nicht so schwierig, insofern du es magst, ehrlich zu dir selber zu sein. Also erstmal ist, glaube ich, ganz wichtig, eine gesunde Selbsteinschätzung zu deiner körperlichen Konstitution zu haben. Also es gibt viele Menschen, die sagen, ja, vor zehn Jahren war ich ja super sportlich und ich habe dreimal die Woche Sport gemacht und jetzt machen die einfach gar nichts mehr. Haben aber so das Zielbild für sich, ja, wenn ich jetzt nur eine Mitgliedschaft irgendwo abschließe, dann bin ich im halben Jahr wieder der Adonis, der ich vor zehn Jahren war. Ist nicht so. Und wenn du an so einem Zielbild arbeitest und nicht ehrlich zu dir bist, dass ich seit den letzten zehn Jahren einfach eine ganze Menge auch körperlich zum nicht ganz so guten verändere, dann überforderst du dich. Und dann setzt du dir Ziele, die, wenn du die nicht erreichst, auf den Weg dorthin für dich total frustrierend werden. Also erster Tipp wäre, setz dich hin und guck einfach mal so deine Rahmenbedingungen, in denen du dich tagtäglich bewegst, guck die mal an. Guck mal, wie viel Zeit du überhaupt hast, wie viel Bock du auch hast. So wieder in sportliche Anstrengungen. Also Sport ist ja erstmal anstrengend und fühlt sich auch nicht immer so gut an. Wenn du jetzt länger nichts gemacht hast und du fängst dann auf einmal an wieder zu laufen, dann tut dir erstmal alles weh. Ja klar. Und dann denkst du dir, was ist das für eine Scheiße, so habe ich ja gar keine Lust drauf. Ist das jetzt jedes Mal so? Nein, das wird natürlich besser. Ja, liegt an den Schuhen. Auch. Genau. Oder an den Hosen. Auf jeden Fall solltest du ehrlich zu dir sein und mal gucken, wie fit bin ich denn? Was traue ich mir denn überhaupt zu? Also nicht über Pacen. Genau. Dann solltest du dich fragen, was hat mir denn früher schon Spaß gemacht? Oder auch, wo war ich denn richtig gut? Sport hat nicht immer was mit Leistung oder mit Druck zu tun, sondern vielleicht so mit dem Vergleich mit sich selber. Möchtest du dir selber was beweisen, aber du bist gar kein Wettkampftyp. Also die Individualsportler im Laufen zum Beispiel, die laufen nicht primär gegen andere, sondern gegen die Zeit und für sich. Da kann man jetzt nicht sagen, da ist Druck überhaupt gar kein Attribut, was eine Rolle spielt, aber anders als jetzt vielleicht bei einem Tennisspieler oder so. Also frag dich selber, was dir Spaß macht und was dir liegt. Und sei ein bisschen offen für vielleicht auch mal neue Dinge, die du vorher so gar nicht auf dem Schirm hattest. Also ein ganz beliebtes Beispiel für Leute, die ganz viel im Alltag im Büro sitzen, also so eine zusammengesunkene Körperhaltung haben ist, und das empfehle ich echt ganz gerne, ist Klettern oder Bouldern, weil das so eine Ganzkörpersportart ist, die aber viele so irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Also wir haben ja keine Berge, wo gehst du hier immer Outdoor klettern? Aber es gibt viele Kletterhallen und Leute, die jetzt vom Fußball oder vom Leichtathletik kommen, die haben gar keine Affinität dazu. Aber vom Sportartenprofil her ist es super, um den Körper zu formen, zu fordern und auch einen Ausgleich so zum Sitzen zu schaffen. Wenn du aber nicht weißt, wie sich Klettern anfühlt oder wie das abläuft, dann sei halt offen und lass dich irgendwie von jemandem, der ein bisschen Ahnung hat, wie mir zum Beispiel, mal beraten. Oder hör mal rechts und links, was es sonst noch für Sportarten gibt und probier einfach mal aus. Also Schnupperkurs irgendwo machen oder Platzreife ist ja auch so ein bisschen reinschnuppern beim Golfen. Und dann kannst du immer noch sagen, pack mich nicht, mach den Haken dran und such mir nochmal was anderes. Ja, da ist mein Tipp auch einfach auch auf die Leute zugehen. Wir hatten ja damals nach unserem Gespräch, habe ich wirklich gegoogelt. Also an den Unterwasser Rugby habe ich sofort einen Haken dran gemacht. Und beim Wasserball, da war ich echt kurz davor, einfach auch mal anzurufen, zu fragen, ob man mal mittrainieren kann, weil ich es interessant fand. Ich habe ja damals keine 100 Meter Kraul durchschwimmen können, aber ich hätte es einfach mal gemacht. Aber ich kannte halt niemanden. Ich kam mir zu blöd vor, einfach anzurufen und zu fragen, ob man denn als Seiteneinsteiger mal dazukommen kann. Und dann gab es ja diesen komischen Zufall, Karneval, dass ich als Wasserballer verkleidet war und mich im Wasserballer ansprach. Und dann bin ich ja dazugekommen und jetzt auch die ganze Zeit dabei. Und da kann ich wirklich, wie du auch sagst, nur empfehlen, einfach auch mal hingehen. Oder anrufen und gerade diese kleineren Sportarten, die man ja vielleicht nicht immer so auf dem Schirm hat, leben ja auch davon, dass neue Leute dazukommen. Sonst sterben wir aus. Du hast ja manchmal gar keinen Nachwuchs oder so. Jeder Verein freut sich, wenn er irgendwie ein neues Mitglied dazu bekommt. Oder auch einfach mal jemanden zum Schnuppern mit dazukommen kann, auf jeden Fall. Aber ganz spannend finde ich es, du hast gesagt, ich habe mich, was hast du gerade gesagt, ich habe mich gar nicht getraut, hinzugehen und mitzumachen. Ja, also da anzurufen und zu fragen, ob man nicht einfach mal als Fußballer im Wasser mitreden kann. Weil du dachtest, du kannst es nicht oder du bist zu schlecht für die anderen. Ja, genau. Ich hatte mir gedacht, ach, also die spielen das ja alle schon seit Jahren. Dann bist du da eher fehl am Platz und blockierst. Und ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, es ist nicht so. Man freut sich eher darüber, dass neue Leute dazukommen. Und dann sieht man auch mal darüber hinweg, dass man am Anfang einfach online nicht mithalten kann. So ist es ja auch. Das ist ganz spannend. Bei den ambitionierteren Hobbysportlern, die so eher auch den Leistungsgedanken haben oder so kompetitiv unterwegs sind, also dazu schätze ich dich jetzt oder zähle ich dich auch, die denken sofort, ja, die anderen sind ja viel besser als ich, deswegen probiere ich es nicht aus. Aber im Grunde, gerade im Hobbybereich, kommen die irgendwie alle aus dem anfänglichen Ich kann noch nicht viel. Also die Erfahrung hat jeder gemacht. Und das ist ein, also so darfst du gar nicht denken. Wenn du was Neues anfängst, bist du eigentlich erstmal der unerfahrenste und auch der schlechteste, in Anführungsstrichen. Aber den Leistungsgedanken würde ich erstmal beiseite schieben. Also es geht echt darum, für dich was Passendes zu finden, auszuprobieren. Und wenn es nichts ist, okay, Haken dran. Vielleicht hast du auch kein Talent, im Wasser einen Ball zu schmeißen und hinterher zu schreien. Oftmals hat es ja auch was mit Talents zu tun. Also man glaubt, es geht ja gar nicht gut, probiert das aus und man merkt, man hat da ein super Talent für. Genau, ja. Das meinte ich mit ausprobieren. Also einfach mal so die Komfortzone verlassen und vielleicht entdeckst du Skills, die du vorher noch gar nicht kanntest. Und auf einmal bist du selbst geflasht und denkst dir, cool, warum nicht die letzten 20 Jahre? Da wärst du heute Vollprofi. Wie sieht es denn aus? Also berätst du dann eher, sage ich jetzt mal, Neuklienten? Oder ist es auch so, dass du schon, oder dass du einen Pool an Klienten hast, die regelmäßig zu dir kommen? Sei es Sportler zum Beispiel aus dem Triathlon. Also wir werden bald auch mit Triathleten zum Beispiel sprechen. Und für die ist ja auch total wichtig, da auch ultramotiviert zu sein. Und die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal, wenn sie eine Zeit lang nicht trainieren, in so einem Loch oder so hängen. Berätst du dann auch solche Menschen, Sportler? Eher weniger. Also die schaffen das ja meistens, wenn die schon irgendwo in einer gehobenen Liga angekommen sind und ein bestimmtes Trainings- und auch Leistungslevel haben. Die haben es ja bis dahin schon geschafft, sich selbst zu motivieren. Und das sind tatsächlich meistens Menschen, die sich durch eine sehr hohe Disziplinierungsfähigkeit auszeichnen, die auch manchmal sehr hart mit sich und ihrem Körper umgehen. Also den Körper eher so als Werkzeug sehen oder als Maschine und den auch wirklich schmieren, den verhältnismäßig gut pflegen, sich gut ernähren, also sich sehr intensiv um sich und ihren Körper kümmern. Die aber dann, wenn so die Leistungssportlerkarriere vorbei ist, die auch einfach heilfroh sind, wenn diese Anstrengung vorbei ist. Das sieht man beispielsweise häufig im Fußball. Also wenn Leistungsfußballer ihre Karriere beenden, dann fallen die echt im Loch. Boah, ich glaube, Eike Immel was, der seine Geschichte, glaube ich, offen gemacht hat, dem hat nach dem Fußball ganz krass was gefehlt und der ist dann dem Alkohol verfallen. Das ist natürlich ein ganz krasses Beispiel, weil du dann was, womit du dich sehr lange identifiziert hast, wegfällt. Aber bis zu diesem Punkt sind diese Leute enorm fokussiert und schaffen es meist aus eigenem Antrieb, bei der Stange zu bleiben. Und anders sieht es halt aus, wenn du nicht Leistungssportler bist, wenn du aber Sport so als regelmäßige Routine in deinen Alltag einbauen möchtest. Und du hast dann noch Family, du hast Kids, um die musst du dich kümmern. Dann hast du einen Job. Dann hast du, wenn es nicht so gut läuft, vielleicht einen Pflegefall in der Familie. Oder das geht auch, wenn mal einer krank ist. Auf einmal setzt du Prioritäten ganz anders und sich dann wirklich mit viel Energie noch auf sich selbst zu konzentrieren und zu sagen, jetzt nehme ich mir Zeit für mich und nicht für die anderen oder für die Arbeit oder für den Einkauf oder für die Urlaubsvorbereitungen, die man noch machen muss. Das ist manchmal schwierig und genau um solche Menschen kümmere ich mich primär. Also die so mit den, wir nennen das gerne so mit den stressenden Einflussfaktoren von außen strugglen und die nicht so wirklich erkennen, wo liegen denn meine Neigungen, was treibt mich auch innerlich an oder was treibt mich von meiner Selbstfürsorge weg. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Kannst du denn Ratschläge geben, wie man oder wie unsere Hörerinnen und Hörer dann quasi aus so einem Loch wieder selbst rauskommen könnten? Ja, also ich versuche es zumindest. Das ist echt tatsächlich je nach Personentyp sehr unterschiedlich. Erstmal geht es darum, wie gut kannst du zum Beispiel mit Niederlagen oder mit Scheitern umgehen. Wenn du, angenommen, du hattest eine Kreuzbandverletzung und Fußball ist dein Ein und Alles, dann bist du natürlich bestrebt, da wieder hinzukommen. Du denkst erstmal nicht drüber nach, dir eine andere Sportart zu suchen und denkst auch nicht, so wie du damals drüber nach, was ist denn, wenn ich irgendwann nicht mehr Fußball spielen kann, sondern du willst erstmal dahin zurück. So und wenn das nicht klappt und du hast eine ganze Zeit lang Anstrengungen unternommen, du warst bei Physio, du hast viel dafür getan, dich wieder auftrainiert, fit zu werden, sondern gehst da irgendwie ein, zweimal zum Training und dann passiert wieder was. Dann ist das das nächste frustrierende Erlebnis. Und das ist so eine motivationale Abwärtsspirale. Da wieder rauszukommen, ist schwierig. Und wenn du an dem tiefen Punkt bist, wo die Karten neu gemischt werden, dann ist der erste Tipp, den habe ich ja gerade auch schon mal genannt, guck ehrlich auf deine Voraussetzungen, die du in dem Moment mitbringst und verabschiede dich vielleicht auch so von deinem Wunschbild, was du aus der Vergangenheit noch mit dir rumträgst und schau, was einfach möglich ist. Und öffne den Blick nach rechts und links. Also hadere nicht mit der Situation und ärgere dich, dass du vielleicht gerade nicht leistungsfähig bist, weil du verletzt bist oder weil du nicht viel Zeit hast durch die Arbeit, dass du da nicht viel für dich machen kannst. Nimm das, was da ist. Da geht es sozusagen um das Thema Akzeptanz. Und es gibt halt unterschiedliche Lebensphasen bei jedem, die ändern sich, die Rahmenbedingungen ändern sich. Aber mit dem zu agieren, was du in dem Moment hast, das ist das Wichtige. Und lauf nicht den Sachen hinterher, die du früher mal hattest und die dir von früher noch so im Hinterkopf schwirren, die du jetzt gern wieder hättest. Ich meine, es sind ja auch wahrscheinlich viele verschiedene Formen von der eigenen Unzufriedenheit. Das ist das eine, dass man einmal sportlich nicht mehr so aktiv sein kann, gleich wie früher. Aber auch B, und das meine ich jetzt gar nicht witzig, vielleicht auch die eigene Unzufriedenheit, weil man merkt, dass sich der Körper auch ändert. Dass man eben gar nicht mehr der Adonis ist wie früher. Aber ich meine, ich kenne es bei mir selber auch, wenn ich keinen Sport mache, dann geht man halt auseinander. Und dann kommt halt auch Unzufriedenheit. Da geht es noch gar nicht um die Unzufriedenheit, dass ich jetzt, wie gesagt, gar keinen Sport mache, sondern einfach, weil ich körperlich nicht mehr so aussehe wie früher. Ja, das ist ein entscheidendes Kriterium. Also es kann total frustrierend sein. Ich hatte es selber mal, ich habe eine Verletzung gehabt, die hat mich ein Dreivierteljahr rausgeholt. Und ich war, zu dem Zeitpunkt war ich ultra fit. Also ich habe viel Functional Training gemacht, das so Ganzkörpertraining, hochintensiv. Und ich war echt im guten Shape. Und dann war ich aber komplett raus. Erstmal diese Phase, wo ich komplett raus war, hat mich also tierisch abgenervt. Und ich war, also meine Unzufriedenheit ist bis Ultimo gestiegen. Und ich hatte keine Chance, das über eine andere Sportart irgendwie zu kompensieren. Da musste ich erst mal mit umgehen. Und dann habe ich halt nach einem, ja fast nach einem Jahr sogar gemerkt, jetzt kann ich wieder loslegen, aber mein Körper macht nicht mehr so mit, wie ich das gewohnt war. Weil einfach die physischen Voraussetzungen nicht mehr da waren. Aber das hat mich nochmal abgefuckt. Und dann habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Und ich musste halt umswitchen. Ich bin auch nicht mehr zum Functional Training zurück, weil das für mich, weil ich nicht mehr da anknüpfen konnte, wo ich aufgehört habe. Das war für mich ein No-Go. So, das konnte ich nicht akzeptieren. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Da muss was anderes her. Und dann habe ich wieder angefangen zu laufen, bin mehr Mountainbike gefahren. Das war auch fein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ist das, das ist so meine Baustelle, habe ich das bis heute nicht als Ersatzsportart für mich so richtig akzeptieren können. Ich weiß, dass es nicht so anders geht, aber ganz zufrieden bin ich damit auch nicht. Aber das meinte ich gerade mal, auch Rahmenbedingungen akzeptieren, die vielleicht nicht optimal sind. Alternative wäre gewesen, ich wäre so frustriert gewesen, dass ich einfach auf der Couch rumgegammelt hätte. Dann hätte es auch nicht lang gedauert. Dann wäre mit meinem Körper nichts mehr los gewesen. Und ich hätte wahrscheinlich irgendwie aus Frust jeden Abend drei Tüten Chips platt gemacht. Und dann geht der Teufelskreis los. In dem auch viele stecken tatsächlich. Holst du dir dann auch aktiv woanders Aufhilfe oder hilfst du dir selbst? Ich schaffe es zum Glück, mir selbst zu helfen. Aber ich brauche zum Beispiel jemanden, bei dem ich einfach immer meinen Frust loswerden kann. Also ich fresse das nicht irgendwie so in mich rein, sondern ich rede da ganz aktiv drüber. Und das ist übrigens noch ein guter Tipp, wenn ihr zum Beispiel in einer Partnerschaft seid oder ihr habt Freunde, die auch recht sportlich aktiv sind und die bekommen mal so eine schlechte Phase bei euch mit, dann greift das Thema proaktiv auf und besprecht das. Weil allein das Besprechen hilft schon, diese Unzufriedenheit vielleicht loszuwerden. Weil das Gegenüber sagt, ey, hatte ich auch mal. Klar, ist scheiße. Aber vielleicht kommen wir, wir überlegen, ob wir zusammen eine Runde Biken gehen. Das kannst du und da helfe ich dir. Also immer mitteilen, das Besprechen und Unzufriedenheit damit halt auch äußern. Bevor du ja beim Institut gestartet bist, warst du ja unter anderem auch Athletiktrainerin im Golf. Erste Frage, wie ist dein eigenes Handicap? Naja, das ist auch eine Sportart, die ich jetzt nicht mehr betreiben kann, weil ich halt verletzt war. Ich war bei 11,4. Echt? Ja, das war tatsächlich eine Sportart, da ist mein Talent dann sehr spät rausgekommen. Also ich glaube, ich habe innerhalb von zwei Jahren, also ich habe viel, ganz viel gespielt, weil das hat mich vollgepackt. Ist ganz witzig, ich dachte früher immer, Golf ist doch kein Sport, das spielen Omis, Opis. Und dann habe ich zufällig einen Platzreifekurs gemacht mit Freunden und das hat mich vollgepackt und dann war ich halt voll am Start. Und Auge-Hand-Koordination liegt mir super und da habe ich gemerkt, okay, es macht mir nicht nur Bock, sondern ich kann es auch gut und dann war ich halt vollgehoopt und dann habe ich innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, habe ich die Klubmeisterschaften gewonnen, womit ich selber nicht gerechnet habe, weil Golf ein mega komplexer Sport ist. Und übrigens den größten Muskelanteil im Körper beansprucht. Bei einem Golfschuh war es glaube ich 200 Muskeln im Körper. Das ist so viel wie bei sonst, bei keiner Sportart. Und weil ich das dann so intensiv betrieben habe, aber auch die Leute gesehen habe, die wie so ein schlaffer Sack über den Platz gegangen sind und gesagt haben, also ich kann nach neun Loch nicht mehr. Ich dachte, hey Leute, ihr geht doch eigentlich nur spazieren oder sitzt in eurem Wagen und lasst eure Karre hinterher schieben. Aber ich dachte, das geht besser und hatte da schon ein bisschen Erfahrung durch den heutigen Bundestrainer des Nachwuchsgolfs, der mich dann so ein bisschen auf das Athletiktraining im Golf gebracht hat. Der war damals mein eigener Trainer für eine Zeit und mit dem habe ich gequatscht. Ich habe gesagt, es kann doch nicht sein, dass so eine komplexe Sportart so wenig Athletikanteil beinhaltet und dass das nicht mittrainiert wird. Ja, und das war so der Aufhänger dann da mal zu überlegen, was kann man denn machen? Und ich habe bei einem Golfclub in der Nähe angefangen, einfach mal anzufragen, ob die Bock haben, ein bisschen was für ihre Athletik zu tun. Dann wird der Schwung halt schneller. Du kannst präziser spielen, so die intramuskuläre Koordination, also die Abstimmung der Muskeln untereinander wird besser. Und interessant war, dass die meisten da gar keinen Bock drauf hatten. Also wir haben gesagt, so ey, ist doch cool, wir gehen unsere Runde. So, wenn der Ball eben mal im Loch ist, ist doch gut. Handicap ist mir gar nicht so wichtig. Das war für den Hobbybereich auch okay, aber dann habe ich mich so ein bisschen auf die Nachwuchsgolfer, die Ambitionen hatten, konzentriert. Ja, und da kannst du halt eine ganze Menge machen. Interessant war mein Einblick im, ich habe ein Praktikum im Rahmen des Athletiktrainers gemacht, beim Nachwuchsleistungszentrum für die Athletiktrainerabteilung im Golfen. Da habe ich ganz, ganz viel mitgenommen und auch nochmal so ein Verständnis dafür gekriegt, wie man sich mental im Leistungssport so auf das körperliche weiterbringen, konzentriert. Das war eine supergeile Erfahrung. Genau. Wie, wie bekommen die sich fokussiert? Also gerade, wenn in Drucksituationen, etc. Eigentlich hast du ja auch einen Golfplatz, wenn du jetzt im Wettkampf spielst, fast permanent den Druck. Also gerade jetzt in der Spitzenklasse darf eigentlich kein Schlag daneben gehen. Du musst halt ja auf den Punkt dann immer fokussiert sein, egal was da gerade passiert, viel Wind, regnet oder der Gegner geht dir auf den Sack durch sein Verhalten. Wie kommst du denn in den Tunnel rein? Ja, also genau, du sagst es schon, dass sehr viele Störgrößen beim Golf, die auch variieren können. Wetter, Platz, Gegner, der Punktestand oder der Punktestand deiner Mannschaft. Golfer müssen enorm belastbar im Kopf sein und die Physis ist das eine, die mentale Stabilität ist das andere. Die Vorbereitung dafür fängt nicht auf dem Platz oder beim Spiel an oder kurz davor, sondern die trainieren das ganz bewusst, wie die sich auf den Punkt und dann auch über einen langen Zeitraum sehr gut fokussieren und konzentrieren können. Also stell dir vor, du schlägst einen Ball, dann schlägst du den, weiß nicht, 250 Meter vom Abschlag und dann gehst du erstmal eine Strecke hinterher und in den paar Minuten hast du, fängt dein Kopfkino an. Was mache ich gleich? Hole ich der Ball? Was sind das für Anforderungen? Was brauche ich gleich an Skills? Wie nähere ich mich? Also da geht schon das Denken los und da musst du ruhig bleiben. Du darfst dich nicht ablenken lassen und es gibt in so einem Motivations- und Willenskraftprofil verschiedene Stärken oder auch Schwächen, die du hast und ein Golfer beispielsweise muss in diesen Phasen, wo er für sich ist, die Fähigkeit haben, sich nach innen zu kehren, erstmal auf seinen Körper zu hören, spüre ich irgendwo Anspannung oder bin ich locker? Ein angespannter Schlag, der geht meistens irgendwo in die Binsen und der kommt nicht da an, wo er hingehen soll. Wenn du es schaffst, dich zum Beispiel durch Atemübungen auf dem Weg zum Ball hin ruhig runterzufahren, deine Herzfrequenz zu senken, ein bisschen Entspannung in deinen Muskeltonus reinzubringen, bist schon mal auf einem guten Weg. Und dann ist es auch ganz, ganz viel Erfahrung, also positive Erfahrung in deine Golf-Skills. Also ich weiß, ich kann das, du hast ein Selbstbewusstsein, wenn das der nächste Schlag gelingt und das kannst du nur über sehr, sehr intensives Training mit Erfolgen aufbauen. Dafür gehst du zum Beispiel auf die Range, schlägst Bälle ohne Ende, wiederholst also bis zu, weiß ich nicht, 10.000 Mal einen Schlag, im besten Fall. Also man sagt so, bei 10.000 Wiederholungen hat sich eine Bewegung gefestigt. Wenn die dann sitzt, speichert dein Gehirn ab, ich kann das und kann automatisch einen Bewegungsablauf abrufen und wenn das automatisiert stattfindet, macht es dir keinen Stress, weil du weißt, okay, da bin ich safe. Das habe ich schon so oft gemacht, das kann ich und ich werde nicht scheitern. Der innere Monolog, ich kann das, ich werde nicht scheitern und ich vertraue auf meine Fähigkeit, den Ball dahin zu bringen, wo er hin soll, ist immens wichtig. Und da finden, das kriegen wir als Außenstehende gar nicht mit, finden ganz häufig oder sogar permanent diese inneren Monologe statt. Also man redet sich selbst gut zu, man bestärkt sich. Es gibt natürlich auch das andere, also das Gegenteil. Du stehst da so scheiße, wo geht der Ball gleich hin? Oh, der liegt blöd, den treffe ich bestimmt nicht und der geht bestimmt da vorne in den Teich. Total kontraproduktiv. Mach dich nervös, deine Herzfrequenz steigt, du bist angespannt und dann ist die Chance, dass der wirklich irgendwo hinfliegt, wo du ihn nicht haben willst, relativ groß. Der kann man sicherlich auch auf ganz viele andere Lebensbereiche und auch Sportarten applizieren. Wir haben ja demnächst unser Dart-Turnier. Ich beschäftige mich ja sehr stark mit Dart. Sehr gerne. Ja, bitte. 27. April ist ein Samstag. Ja, mega. Du bist eingeladen. Cool, danke. Machen wir. Und da geht es ja auch sehr viel darum, einfach um Kopfsache. Gerade jetzt bei den Profis sieht man es ja immer wieder. Auch so ein 17-jähriger Luke Littler, wie der sich auf den Punkt einfach konzentrieren kann, auch in dem Alter einen Fokus bekommt. Das fängt aber bei, also wenn er jetzt tatsächlich erst 17 ist, krass, also wie jungen Leistungssportler heutzutage sind. Wahnsinn. Ist Dart auch Leistungssport? Ja, kann man schon so sagen, oder? Ich sage ja, andere sagen Tegensport. Stell auf Tegensport. Aber der Sport ist ja zum Beispiel auch unterentwickelt im Punkto Trainer. Also es gibt jetzt die Ersten, die mit Coaches zusammenarbeiten. Hier der Weltmeister Luke Humphries zum Beispiel. Auch, weil er mal depressive Verstimmungen hatte und Probleme hatte. Aber es kommt immer mehr und ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Trainer wirklich dann halt auch hinter der Bühne stehen und mit dir in der Pause noch mal kurz über das Spiel reden und über die Situation reflektieren. Also beim Dart ist ja dann genauso, weiß ich nicht, wie, wer ist das? Snooker, Billard? Oder auch Schach. Ist ja offiziell eigentlich auch ein Sport. Da bin ich ja raus. Also ich habe hier sieben, acht Schritte im Voraus. Ja, ist halt voll Kopfarbeit. Also mega anstrengend. Golf auch. Also wenn wir mal so diese Sportabteilung betrachten, dann ist so die mentale Belastbarkeit enorm wichtig. Und wenn du mal beim Dartwurf siehst, also es ist eine hochkomplexe Bewegungsform, die aber auch immer gleich abläuft. Also das ist ein purer Automatismus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die mit einer mentalen Begleitung in einem Turnier deutlich stärker auftreten werden als Sportler, als wenn die auf sich allein gestellt sind. Also wenn man sich da noch mal als Thema so innerer Monolog landet der Pfeil jetzt in dem Kästchen, wo er hin soll oder nicht vorstellt, da ist es total hilfreich, wenn am Rand jemand steht und bevor du dann ins Game gehst, dir sagt, hey, du schaffst das, wir haben das schon 10.000 Mal gemacht und das sitzt so perfekt, macht dir keine Gedanken. Also die Vorbereitung unmittelbar bei diesem Denksport und auch das Trainieren über Jahre, schon im frühen Alter. Also ich weiß nicht, wenn er jetzt 17 ist, dieser Spieler, dann wird er mit Sicherheit ganz früh angefangen haben, im besten Fall. Und dann hat er über Jahre schon diesen mentalen Fokus auch trainiert. Und da passiert was auf der neurologischen Ebene, da bahnen sich sozusagen erst von einem ganz kleinen Pfad, ja, ich bin stark, ich werde das schon schaffen, irgendwann so bis zu einem ausgetretenen breiteren Trampelfahrt und dann bis zu einem Schotterweg, bis hin zu einer Autobahn, quasi neurologische Verknüpfung im Gehirn, die dir sagen, ey, gar kein Ding, du schaffst das. Du bist hier der absolute Champ und das Ding landet genau da, wo du es haben willst. Aber das ist halt Arbeit, Training und dauert eine ganze Weile. Ist das aus deiner Sicht auch der Unterschied, jetzt wechseln wir nochmal die Sportart, Tennis, die großen drei, Djokovic, Federer, Nadal, warum die letztlich dann doch immer gewonnen haben? Weil die, selbst wenn die mal 1-0, 2-0 zurückgelegen haben, nach Sätzen gesagt haben, scheiß der Hund drauf, ich gewinne sowieso und die anderen vielleicht eher die Angst vorm Gewinnen hatten? Also im Tennis stecke ich zu wenig drin, aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass die mindestens mal alle einen Mentalcoach haben, der mit denen sehr stark daran gearbeitet hat, auf dem Platz Selbstbewusstsein auszustrahlen, dem Gegner auch zu imponieren. Ist es da aber vielleicht auch typenabhängig, weil der eine oder andere kann das einfach sowieso schon besser als der andere? Ja, also wenn du von Kindheit an Tennis gespielt hast und du hast einen Trainer gehabt, der dir da schon gesagt hat, ey, so bist man ganz großer, dann gehst du mit so Eiern auf den Platz, Entschuldigung, aber ist so und das merkt dein Gegner auch und wenn man, also Alexander Zverev ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, dass wenn der unter Druck gerät, häufiger mal die Nerven verliert, das sieht man, der hat jetzt in letzter Zeit ein paar Spiele verloren, wo der eigentlich zwei Matchbälle hatte, hätte nur den Sack zumachen müssen und wenn er das verkackt, dann geht bei dem auch so Kopfkino los und dann denkt er, oh man, dann verliere ich das nächste Spiel, dann verliere ich auch den nächsten Satz und dann ist es vorbei. Also dann kann er sich aufgrund seiner enorm guten Skills halt auch noch eine Weile erwehren, aber dann ist meistens der Kopf so die Stolperstelle. Ja, aber ich würde eigentlich heutzutage behaupten, dass jeder Profisportler auf dem höchsten Niveau mit einem Mentalcoach zusammenarbeitet. Im Fußball sind es die Sportpsychologen, die am Rand sitzen, die dann aber weniger mit dem Einzelnen arbeiten, sondern mehr so auch fürs Mannschaftsgefühl und Gefüge tun. Also damit so die, sagen wir mal, Gruppendynamik auf dem Platz gut passiert. Ja, wobei, ich glaube auch, dieses individuelle, mentale Coachen, glaube ich, da auch sehr wichtig ist. Also wir müssen jetzt auch gar nicht auf das Thema weiter rein, aber ich sage mal, der Fall Enke oder so, der hat ja auch unter enormem Druck gelitten und ich weiß jetzt auch gar nicht alle Beweggründe, aber ich glaube, das ist wichtig, dass die Sportler da auf jeden Fall Unterstützung auch mal haben. Auch individuell, nicht nur aufs Team gesehen. Ja, total. Und gerade im Leistungssport ist es auch häufig so, dass wenn du dem Druck nicht standhalten kannst oder unter dem Druck so für dich unter Zweifeln zusammenbrichst, dass du dann schnell in eine ganz gefährliche Region abdriftest. Also wenn man mal so ein bisschen sensibel die Sportnews liest, da gibt es auch immer mal wieder Leute, die sich mit Depressionen outen oder auch sagen, ich halte dem ganzen Druck nicht stand. Es ist echt schwer dagegen anzukämpfen und da hat der Sport einfach super viel getan und es gibt immer mehr gute Mentalcoaches. Ich meine, das Thema Psyche oder mentale Gesundheit ist auch gerade so ein Trendthema. Das gibt dem bestimmt auch nochmal Aufwind, aber ich glaube, es ist unbedingt nötig, die Leute da zu unterstützen, weil der Druck so hoch ist. Aber da sind wir ja wieder ganz am Anfang. Wir hatten ja, jetzt waren wir beim Profibereich, aber wir selbst als amateurer, Privatpersonen, gerade durch den Sport und den richtigen Sport, nicht nur eigen ein, sondern den richtigen Sport, kann ich mich ja im Stresslevel wieder so runterfahren auf ein vermeintlich humanes Maß, was mir wieder gut tut, um dann halt auch im privaten und im Arbeitsbereich auch wieder besser zu sein oder auch stressresistenter Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, nicht für jeden Menschen ist Sport auch eine Ressource. Also für manche ist es auch einfach nur ätzend, die mögen es einfach nicht und die haben andere Ventile, um sich auszulasten, um sich irgendwie zu erholen oder um abzuschalten. Aber für die Leute, bei denen Sport echt eine Ressource ist, um auch den Akku wieder aufzuladen, obwohl Sport Energie raubt, weil es anstrengend ist, ist es ein ganz, ganz guter Rat zu sagen, halt dir die körperlichen Voraussetzungen so lange aufrecht, wie du kannst, damit du diese Ressource beibehalten kannst. Und Sport ist halt in besonderem Maß eine ganz wichtige und auch anders gelagerte Ressource. Beim Sport schüttest du halt Hormone aus, die so, also in Anführungsstrichen Glückshormone, das sind die, die dir einfach ein gutes Körpergefühl geben. Das kennt jeder, der sich mal richtig ausgepaut hat. Du fühlst dich einfach, du bist zwar platt danach, aber du fühlst dich richtig gut. und das heilt auch noch eine ganze Zeit nach. Du fühlst dich körperlich auch einfach leistungsfähiger, wenn du regelmäßig Sport machst und das gibt dir unbewusst schon ganz anderes Selbstbewusstsein. Du weißt, dass du in der Lage bist, körperliche Herausforderungen gut zu meistern. Und das ist nur ein kleiner Baustein, aber es ist immer ein Erfolgserlebnis mit jedem Training, was du absolvierst und das macht halt was mit dir. Und ganz, also bestes Beispiel für jemanden, der das komplett ausstrahlt, ist Cristiano Ronaldo, der vor jedem scheiß Freistoß sich breitbeinig dahin stellt wie so ein Bulle, den niemand was anhaben kann und den niemand umrennen kann. Das macht er, weil er sein immenses Selbstbewusstsein von innen nach außen trägt, um einfach auch zu signalisieren und nicht zuletzt dem Torwart, ich baller dir das Ding gleich so weit von rein, sieh schon mal zu, dass du Land gewinnst. Also Signal nach außen, aber der bestärkt sich dadurch selber. Und das hat er sich auch über Jahre antrainiert und das macht Sport halt auch mit uns. Und wenn wir uns körperlich stark fühlen, strahlen wir das auch aus. Und dann haben wir eine positivere, eine viel aufrechtere, viel präsentere Haltung. Im Embodiment, das ist eine neurowissenschaftliche Sektion im Sportbereich, nennt man das Powerposing. Also sich bewusst mit dem Körper aufrecht hinstellen, Standhaftigkeit und Präsenz zeigen, weil das was mit deinem Unterbewusstsein macht, nämlich dich zu stärken. Auch ein ganz guter Trick, wenn man den Gegner mal auf den Platz beeindrucken möchte. Ja, um die Gegner reinzuschüchtern. Den nächsten Sonntag, weißt du was? Dann machen wir hier so einen Schack an hier. Wie die All Blacks. Genau, wollte ich gerade sagen, die machen das ganz dumm. Und das wirkt ja noch, haben wir bei der letzten Rugby-WM gesehen. Macht sogar der Nachwuchs, ne? Ja, klar. Aber es ist auch im Kampfsportbereich. Ich meine, gut, bei dem ist es vielleicht noch ein bisschen Kopf, der ist ein bisschen durchgeknallt hier, der McCona. da kriege ich schon Angst, wenn der im Ring reingeht und den Gegner schon so anstarrt und so. Da würde ich schon fast zusammenbrechen. Aber der hat eine ganz eigene Taktik, ne? Der, wenn der vorher in der Vorbereitung ist, da hat er, glaube ich, diese stillen Momente für sich. Der packt sich irgendwie aggressive Mucke, der hat gleich irgendwie Hip-Hop oder so, packt er sich auf die Ohren und dann richtet er den Blick komplett nach innen, bereitet sich selber vor, da will er auch von außen niemanden haben und dann geht er raus und lässt voll die Sau raus und das, also das beeindruckt den Gegner immens. Ja, mich auch. Ja. Hast du eine Buchempfehlung, die du unseren Hörerinnen und Hörern geben könntest? Boah, meinst du jetzt so in Richtung Motivation, Willenskraft? Das Problem bei mir ist, ich lese sehr viel quer, ich habe exakt eine Fachzeitschrift, die aber eher für Hobbyinteressenten nicht so geeignet ist, ich nenne sie trotzdem, nannte sich Functional Training Magazine, heißt jetzt nur noch Training Magazine, die haben auch immer mal ganz interessante Beiträge zum Thema ja, mentale Optimierung unter Druck, ist aber hauptsächlich an ambitionierte oder Leistungssportler gerichtet. Boah, ich habe irgendwie ein, zwei Bücher zu dem Thema auch gelesen, aber ich weiß die Titel ehrlich gesagt nicht. Müssen wir nachreichen. Genau. Genau, müssen wir nachreichen. Gut, dann sind wir eigentlich am Ende angekommen soweit. Ja. Digi und ich haben aber natürlich noch Fragen an dich und zwar entweder oder. Nichts kompromittierendes, aber ein bisschen Witz und Humor dürfen wir ja auch hier reinlassen. Der Digi fängt an. Okay, alles klar. Frage Nummer eins. Würdest du eher nach Knoblauch riechend oder in einem völlig unpassenden Outfit auf ein Date gehen? Auf jeden Fall das Outfit. Ja? Ja. Boah, Knoblauchgeruch geht gar nicht. Das ist Hölle, ey. Möchte ich zu Hause bleiben. Okay. Bist du eher bereit, immer mit Clownschuhen zu laufen oder immer eine Clowns Nase zu tragen? Ich finde beides ganz witzig. Ich glaube, praktischer wäre die Nase. Ich würde die Nase nehmen. Auf den Schuhen ist er, ja. Sport ist dann auch wieder doof. Ja. Da kann man aber auch so als Beratern auch nicht ernst nehmen. Mit beiden nicht, ne? Wenn ich jetzt dich angucken würde, ist die ganze Zeit eine Clowns Nase. Ja, komm, wäre schon witzig. Da würde ich mein Gegenüber aber auch eine aussetzen. Sehr gut. Okay. Okay, die Frage ist ein bisschen, okay, ich frage es da einfach mal. Also würdest du also entweder für immer einen schweren Rucksack oder für immer eine nasse Unterhose tragen müssen? Auf jeden Fall den Rucksack. Also, ja, sonst kannst du auch irgendwann nicht laufen, wenn dir die, So bippst du alles auf die Scheule. Voll episch. Für immer. Was ist das für eine Frage? Die sind alle aus dem Internet, die sind nicht selbst ausgedaft. Aber gut. Okay, dann die letzte. Entweder mit Kitzeln oder mit extremer Lautstärke gefoltert werden. Oh, es ist beides, glaube ich, furchtbar. Die Frage ist ja dann, woran stirbst du? An geplatztem Trommelfell oder weil du keine Luft mehr bekommst? Foltern heißt ja, dass du überlebst, ne? Ach ja, das stimmt. Eigentlich. Im besten Fall. Ich glaube, dann lieber mit Kitzeln. Deswegen ist es noch lustig. Aber laute Musik, du spielst doch selber auch Schlagzeug in einer... Deswegen weiß ich ja, wie nervig das sein kann. Okay. Das sitzt ja am nächsten dran an dem, was am meisten Lärm macht. Ich glaube, das ist furchtbar auf Dauer. Also würdest du dich lieber auskitzeln lassen? Auf jeden Fall. Bist du kitzelig? Voll. Absolut. Ja. Ah, vielleicht noch ein interessanter Satz zum Schlagzeug. Ich habe das tatsächlich, weil, also als Sportwissenschaftlerin bewusst auch dieses Instrument gewählt, weil du da extrem viel Bewegung hast und das ein sehr körperliches Instrument ist, was mir einen körperlichen Ausgleich gibt zum Alltag. Das ist ganz cool. Also ich habe früher selber nicht gedacht, aber vergleich das mal mit Flöte spielen. Du hast ja nicht so viel Action. Also ich bin tatsächlich der Action-Typ, der dann das deswegen gewählt hat. Oder Triangel. Ja. Hast du erst später damit angefangen? Ja, sehr spät. Also ich habe mit, glaube ich, 26. Ich wollte es immer machen, ging aber nicht, weil zu Hause zu laut und so. Und dann habe ich Gitarre und Klavier gespielt. Aber ich fand Schlagzeug immer mega und ich wusste, es passt zu mir. Und dann habe ich, glaube ich, von meinem ersten Gehalt mir einfach ein Schlagzeug gekauft und seitdem bin ich dabei. Ja, und das ist auch so ein bisschen Motivation, Willenskraft, Profil. Das passt halt voll gut zu mir. Da habe ich mir also das rausgesucht, was genau wie Arsch auf einmal passt. Okay. Ja, ich würde den Rhythmus nicht immer halten können. Ja, darum ging es erst mal gar nicht. War mir egal. Erst mal draufhauen. Genau. Ich habe mal Munta Monika versucht, hat aber nur bedingt geklappt. Partflöte, ja, nein. Ich habe mal Klavier gespielt für ein paar Jährchen. Auch ganz okay, mit meinem Zwillingsbruder im, wie gesagt, anderen Duett. Ja. Barfuß? Nein. Barfuß, das Klavier, nein. Yo, dann wären wir, glaube ich, für heute durch. Nehmen wir die Chance nochmal bar und machen nochmal eine Minute Werbung für unser Konzept. und das Startturnier, gerade schon mal angesprochen. Ja, 27.04. Am Schollbruch in Horst. Ja. Es sind immer noch ein paar Plätze frei. Ja, genau. Ab 15 Uhr gehen die Torbe auf, dann kann trainiert werden. Ab 16 Uhr geht das Turnier los, 32er Startfeld. Nina, du bist eingeladen und wir haben noch ein paar Restplätze frei, ne? Genau. Ein paar weniger, muss man sagen. Von daher, wenn Interesse da ist, bitte Mail an podcast at doppelstunde-sport.de. Ansonsten einfach vorbeikommen, Bierchen trinken. Genau. Nee, gibt's zu Genüge. Alles klar. Dann, Nina, vielen lieben Dank. Ja, danke euch. War sehr lustig, sehr spannend und was Neues für mich. Dankeschön. Ja, wir haben auch sehr viel gelernt heute. Danke. Alles klar. Dann, an die Hörer, wir wünschen euch einen guten Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann ihr den Podcast hört und ja, gebt uns gerne Feedback, fünf Sterne Bewertungen bei Spotify. Bis dahin. bis Bis jetzt. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. If denn los